Liebe Austria-Fangemende, ich schicke euch sonnige Grüße hier aus Tansania. Unsere Wiener Austria bildet hier 40 Young Coaches aus, zusammen mit den Partnervereinen der Football Club Social Alliance. Wir hatten hier heute das zweite Festival. Über 200 Kinder waren heute da. Wir hatten riesigen Spaß und für alle, die noch nichts vom sozialen Angaben der Wiener Austria gehört haben, bitte informiert euch auf der Homepage bzw. auf den sozialen Kanälen. Alles Gute!